hallo meine lieben freunde und willkommen bei einer neuen folge ww2k16 im 2k showcase modus mit stonecold steve austin ja das letzte match war ja das müssen wir in der 13 match gegen brett hart heute spielen wir stonecold gegen brett hart in die hauswürde seht ihr wäscherste taker und genau dann fangen wir nochmal an die hitman von fans south of the canadian border first of all i want to apologize to all my great fans in canada for what and to you my fans right here across the united states of america i apologize for nothing you take that gunless creep like stonecold steve austin and beat him to a bloody pulp even though you all know that he lost you cheer him on the way back to the dress room like he won you don't respect me well the fact is the american wrestling fans can kiss my ass let me clear the air because i never ever said i quit you never got the job done as brett hart's relationship with the american fans continue to crumble americans don't give a damn about family the hitman would turn to his family to forge a new foundation i'm asking you for your help because i need you it would take more than numbers to rattle the rattlesnake i'm finished with you you'll have to kill me to be finished with me the only way i'm gonna get stone cold steve austin off my back is to end his career one of these days april 20th at in your house i'm gonna look down at your grave here lies brett the hitman heart because steve austin ripped his pink and black and that's the bottom line because stone cold said so you're going to look down at your feet doesn't even have to stick to your head you're going to be finished, you're going to have to stay up Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, uuuh, Konda. Awa. Alter, boah doch! Mann! Ich rück mir hier, Junge! Versuch dir den Fintan! Schweren Das war nicht mehr Buskopf hauern Mit dem Fuß Da kommst du auf Bolis, ne, oh um nach mann was an extreme von brad hart hoch hier Scheiße die sind so lange zu tun ich dachte er geht gegen den Ringwosten für das tat aus dem regen ja dann machen wir das doch mal tschüss tschüss naja schaffers aber tschüss tschüss so muss das sein und tschüss 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 in einem Turnbuckle dann machen wir das da auch mal tschüss um das ist jetzt nur so gemacht nicht weiter oben neun tschüss 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 wie tschüss 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 und das ist in Ruhe tschüss 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 s tschüss 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 nachkommen Zu spät, fühlst du mich jetzt verarschen? Boah, jetzt gehen wir mal raus. Boah, Alter. Ja, was soll denn das jetzt? Er wird alles ab. Ach, komm. Ach, ist doch schade. Der Wetter hat da alles abgewählt. Meine Fresse. Aber machen wir es nochmal. Das reicht's. Amo, du Fogel. Der Wetter hat da alles abgewählt, oder? Ach, der Wetter hat da alles abgewählt. Ach, der Wetter hat da alles abgewählt. Über mich, hör. Oh, schau es. Oh man, wieder so ein scheißer Wasch und Nexweep. Uff. Mann! Ich kann nicht mehr kontern. Das kommt dann. Immer zu früh oder zu spielen, würde ich mich verarschen. Ach, Mann, ey, komm nicht. Lass mich aufstehen, komm. Das kann 60 sein. Oh, jetzt ist es. Oh, der Pisser. Mann, 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 Mann. Tschüss. Ah. Stop all X-Handle Blow. So, jetzt kommt es gleich. Und reversal gegen die Ringtreppe. Und der Kopf drauf, jawohl. Und der Kopf drauf, jawohl. Na, komm mal rein. So, wie, du kommst jetzt mal raus, Alter. Oh, Mann, was sagt so, leh. Oh, Mann, was sagt so, leh. Gut. Gut. Scheiße, Mann, jetzt kommt er wieder raus. Nein. Aber... Aber... Oh, es konnte ich von Gott sei Dank. So. Ach so, das hat man noch, verdammt. Ab jetzt kommt der Tag, glaube ich. Warum, steh auf, hoch. Heben. Oh, nochmal aufheben. Ja, jetzt konnte Tavilla, das ist doch ein Wixer. Boah. Und wie soll ich das anwenden? Oh, das war jetzt nicht ohne hart. Oh, mein Gott. Oh, das ist doch ein Wixer. Oh, das ist doch ein Witzig. Oh, das ist ja Witzig. Red Hart will lose this match via disqualification. Der Rattlesnake ist mit dem Steg. Der Rattlesnake ist wieder in den Ring. Steg. Austen ist Wounded Prey. Aber Austen ist für Bear. Austen ist für Hitman. Mit einem Schuss, du kannst du in Calvary hören. Und jetzt! Oh! Steg. Steg. mit einem Steg. Austen, auf der Hitman Bret Hart. Und jetzt sieht man, der Rattlesnake ist bereit. Der Hattel ist auf der Hitman Bret Hart. Ironically, in Hart's own Shark Shooter. Man, what a poetic justice here. The referee trying to reason with Austin, who's won the match by disqualification. Here are some other officials. There's no stopping the Rattlesnake now. We need a Rattlesnake intervention. This is not the way Austin in order to win the match by disqualification. What a rivalry between Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, and the Hart Foundation, that is far from over, I guarantee you that. Trying to help Olympian Bret Hart back to the dressing room. And the Texas Rattlesnake gets his hand raised. He'll get the winner's share of the purse tonight and the Hart Foundation forced to regroup. Hmm. Ah, no, that's why we've also done it. In your house, we win just a take, aye. Hey, we're far from over. British Bulldog Weste, wow. Bret Hart in your house 14, okay. Braucht auch keinen Schwanz, eigentlich. Brian Pillman. Aha. British Bulldog, okay, cool. Jim Neidhart. Aber ohne Hart bestimmt nicht, oder? Jim Neidhart in your house, we win just a take. So, das war's. Oh, ja gut, jetzt musste ich halt nochmal einmal anfangen, neu. Weil ich's ja nicht geschafft habe, aber gut. Ha, jetzt spiel' jetzt kämpf' mal gegen Joe Michaels. Zum ersten Mal stehen sich Tag Team Shams gegenüber, um das Recht, das Team zu führen, okay. Naja. Bonus Matches gibt's bisher nur das eine. Also Stone Cold vs Bretard. Äh, schon mal geht's. Ähm, wann das eigentlich hier? War das auch 97? Ah, das war 96, dann war das 97. Äh, boah, keine Ahnung. Okay. Gut. Also, dann soll's das gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Servus. Servus.